Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Kugel für euch und diesmal ist sie gemalt. Dass das Malen im Grunde nicht viel schwieriger ist als das Zeichnen und wieso ihr auch beim Malen unbedingt das Darstellen einer Kugel üben solltet, darum geht es in diesem Video. Bleibt also unbedingt dran. Das malerische Darstellen einer Kugel ist dem zeichnerischen Darstellen sehr ähnlich. Die einzige Schwierigkeit, die hinzukommt, ist der Umgang mit den Malfarben und auch das könnt ihr üben. Wichtig ist vorab allerdings die Wahl eurer Malfarbe, ob ihr zum Beispiel mit Öl, Acryl oder Aquarellfarben malt. Denn die unterschiedlichen Malfarben haben alle unterschiedliche Maleigenschaften. Genau dazu erfahrt ihr übrigens in meinem entsprechenden Video, hier oben rechts verlinkt. Zentral für uns, wenn wir malen, ist vor allem die Konsistenz unserer Malfarbe. Sie kann sehr viskos, also dickflüssig sein, bis hin zu sehr fluide, also dünnflüssig. Je nach Konsistenz erhalten wir beim Malen eine andere Art des Farbmittelauftrags. Mit zähflüssigen bis pastosen Malfarben geht man anders um als mit dünnflüssigen. Schaut euch am besten auch hierzu mal mein Video zum Farbmittelauftrag an, ebenfalls rechts oben verlinkt. Aber ihr könnt Videos gucken, so viel ihr wollt. Viel wichtiger ist, dass ihr das Malen auch selbst übt. Allem voran auch erstmal das Mischen eurer Malfarben. Im Prinzip bringen euch die gleichen Vorübungen wie auch beim Zeichnen super weiter. Zum Beispiel erst einmal das malerische Gestalten eines Hell-Dunkel-Verlaufs. Dadurch bekommt ihr zum einen ein besseres Gefühl für den Auftrag eures Farbmittels und zum anderen lernt ihr, wie ihr feine Tonabstufungen eurer Farbe erzeugen könnt. Und bleibt für den Anfang ruhig erstmal im unbunten Farbbereich. Das gilt auch für eure erste Kugel, die ich für dieses Beispiel übrigens mit wasservermischbaren Ölfarben male. Ich benutze außerdem zwei bis drei einfache Synthetikpinsel. Ein Spachtel oder ein Malmesser ist außerdem noch zum Mischen von Ölfarben echt empfehlenswert. Bei anderen Farbmitteln braucht ihr das nicht. Ich mische mir vorab auf einer kleinen Palette eine Reihe unterschiedlicher Grautöne an. Ihr solltet gerade am Anfang unbedingt eure Farben vorab anmischen. Nicht alle, aber eben die wichtigsten Töne. Und dann ran an die Vorzeichnung. Als erstes kümmere ich mich um den Bereich, in dem mein Schatten liegen soll. Ich muss nun also festlegen, in welchem Bereich auf der geplanten Kugel sich mein Schatten eigentlich befinden soll. Und hier merkt ihr, dass es clevere gewesen wäre, wenn ich das schon zuvor in der Vorzeichnung festgelegt hätte. Tipp hier also, legt in der Vorzeichnung schon wichtige Stellen fest. Zum Beispiel die Licht-Schatten-Grenze. Das ist die Linie, an der später Licht und Schatten relativ deutlich sichtbar voneinander getrennt sind. Im Englischen heißt diese Grenze übrigens Terminator. Je nach Lichteinfall verläuft sie etwas anders und je nach Lichtstärke ist sie mal deutlicher und mal weniger deutlich sichtbar. Hier übrigens direkt der zweite Tipp für euch. Erstellt euch eine Vorlage, nach der ihr eure Kugel malt. So ein Schatten ist nämlich viel komplexer, als man denkt. Das seht ihr auch hier im Vergleich. Da geht's nachher nochmal ran. Jetzt brauche ich aber erst einmal neben meinem Kernschatten meine zweite Orientierungshilfe. Um ein besseres Gefühl für die Form meiner Kugel zu erhalten, gestalte ich nun einen Verlauf meiner Grauwerte vom Ton des Schattens aus bis hoch zur hellsten Stelle. Dieser erste Tonwertstreifen gibt mir direkt ein besseres Gefühl für das ganze Bild. Er hilft mir, die Form besser sehen zu können. Ich weiß nun ziemlich direkt, wo sich mein Schatten und wo sich meine Lichtspitze befindet. Beim Ausgestalten der restlichen Körperform kann ich mich immer daran orientieren. Ich gehe immer wieder zurück zur Schattengrenze und arbeite mich von dort aus wieder in die helleren Bereiche. Dabei versuche ich, die Übergänge zwischen den verschiedenen Grauwerten erst einmal möglichst fein auszuarbeiten. Alles, was ich nun auf mein Bild auftrage, ist entweder heller oder dunkler als der Bereich nebenan. Und alles orientiert sich an der Lichtquelle. Dank meiner beiden Orientierungspunkte, dem Kernschatten und dem Verlauf hin zum Licht, ist nun nichts mehr zufällig. Ich kann jetzt natürlich noch weiter an meinen Tonwertverläufen herumpopeln. Aber ich habe euch vorhin schon gesagt, dass wir uns noch um den Schatten kümmern müssen. Genauer gesagt um eine ganz wichtige Stelle, nämlich diese hier. Damit eure Kugel naturalistisch ausschaut, braucht es hier nämlich etwas Licht. Das, was ich hier an Licht, also an hellerer Malfarbe auftrage, ist ein Lichtreflex. Reflektiert wird hier Licht. Und zwar von dem Untergrund, auf dem die Kugel liegt. Deshalb ist der Schattenbereich oft nicht einfach durchgehend dunkler. Und hierbei wird nochmal deutlich, wieso es einfach gut ist, nach einer festen Vorlage zu arbeiten. Wenn ihr ein reales Vorbild habt, dann könnt ihr euch daran ganz prima orientieren. Ihr müsst nur genau hinschauen. Darauf achten, wo auf eurer Vorlage etwas dunklere und wo etwas hellere Stellen sitzen. Und diese dann nachahmen. Wie fein ihr eure Übergänge ausarbeitet, ist schlussendlich euch überlassen. Ihr könnt hier und da immer noch einige Farbtöne verschieben und ein bisschen Feintuning betreiben. Ich gleich gegen Ende mein Bild nochmal mit meiner Vorlage ab und nehme feine Änderungen vor. Zum Beispiel gebe ich meinem Kernschatten noch ein bisschen mehr Wumms. Außerdem stelle ich fest, dass meine Lichtspitze noch nicht an der richtigen Stelle sitzt. Deshalb verschiebe ich sie. Ach, jetzt ist lecker. Ist die Kugel soweit passend, dann kann ich mich um den Schlagschatten kümmern. Das ist der Schatten, der vom Gegenstand auf eine andere Oberfläche bzw. den Untergrund fällt. Auch diesen trage ich erstmal flächig und gleichmäßig auf meinen Bildgrund auf und kümmere mich erst einmal nur um die Stimmigkeit der Form des Schattens. Und ja, auch das hätte ich clevererweise schon in einer Vorzeichnung festlegen können. Sitzt die Form soweit, dann geht's hier an die Kanten. Denn der Schlagschatten hat stellenweise harte Kanten, an anderen Stellen wiederum sehr weiche Verläufe. Auch hier hilft euch eure Vorlage weiter. Ich könnte nun daran arbeiten, meine Schattenkanten noch feiner in das Weiß meines Blattes übergehen zu lassen. Aber ich entscheide mich dafür, auch noch einen Hintergrund zu malen. Für den Hintergrund benutze ich einen etwas größeren Synthetik-Flachpinsel. In diesem Video ist die Kugel unsere Hauptdarstellerin. Deshalb gehe ich jetzt nicht sehr vertiefend auf die Hintergrundgestaltung ein, sondern weise euch auf die wichtigsten Dinge hin. Falls die Form eurer Kugel bisher noch nicht 100% gesessen hat oder ihr rausgemalt habt, dann könnt ihr das nun korrigieren. Ich benutze für den Hintergrund einen etwas anderen Farbton als für die Kugel. Denn ihr solltet darauf achten, dass sich die Kugel vom Hintergrund abhebt. Als Farbton für meinen Hintergrund habe ich ein mittleres Grau mit etwas Preußisch-Blau gemischt. Das passe ich jetzt beim Malen von den Helligkeitswerten her den Lichtverhältnissen meiner Kugel entsprechend an. Für meinen Untergrund mische ich erneut das mittlere Grau nun mit etwas gelbem Ocker. Und auch dieses Farbmittel trage ich erstmal großflächig auf. Ist das erledigt, komme ich irgendwann wieder an die Schattenkante, die ich vorhin nicht weiter bearbeitet habe. Nun muss ich erstmal dafür sorgen, dass auch in dem Schlagschatten etwas Ocker auftaucht, denn dieser Bereich gehört ja ebenfalls zum Untergrund. Ich trage also etwas von meinem Farbmittel hier auf und kümmere mich anschließend mit einem recht trockenen Pinsel darum, dass ich die Pigmente gut miteinander vermische. Im Englischen nennt man das übrigens Blending. Das klappt mit Ölfarben übrigens besonders gut. Und nun kann ich auch ein paar weichere Übergänge des Schattens gestalten. Und jetzt kommt noch ein bisschen Feintuning. Ich probiere zum Beispiel aus, ob mein Schatten noch etwas mehr Ocker vertragen könnte und stelle fest, nein. Also probiere ich aus, wie das Ganze aussieht, wenn ich den Kern des Schattens noch stärker abdunkle. Oh, schickerweise betont das die Plastizität meiner Kugel noch etwas stärker. Natürlich muss ich auch hier die Pigmente wieder gut ineinander mischen. So, hier und da noch ein bisschen Popeln und dann sind wir, glaube ich, fertig. War das eine sinnvolle Anleitung für euch? Dann lasst dem Video gern ein Däumchen da. Für mehr Kugeln und auch sonst mehr zum Thema Kunst, abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr die neuesten Videos nicht verpasst. Bis nächstes Mal.